Mit wem habt ihr schon wieder gesprochen? Mit den Skeletten und Titsch. Hast du noch keinen Sinn? Das ist das mit Sieg. Ich werde wahnsinnig. Warte mal, hey! Eure Pestilenz? Der redet von einem Bettel. Ein wie? Ein was? Ein Bettel. Ein Bettel. Sag ich ja. Sag dir ein Bettel? Wer geht ins Bett jetzt schon? So was ähnliches wie Klaas gegen Joko? Du wie Klaas. Die perfekte Minute. 60 Sekunden. Schlag den Raff. Aber ohne Pulle immer hoch. Eine geniale Idee von Jungs. Unsere Mannschaften treten gegen Alane und der Publikum. Entscheidet über Sieg oder Niederlage. Super Idee. Kommt Jungs, ab mit die Tabern. Macht euch fertig. Bis wenn ihr im Raff gewinnt seid, gibt es die leichten Eis. Ist das die Kampfliste? Ja, wir sind sicher. Hey, Kettin Kurz. Hierher. Kannst du lesen? Ja. Los, wer liest das? Habt ihr gerade wirklich Kettin Furz zu ihm gesagt? Kahn, wie kurz. Nicht wahr, wie kurz. Ha, 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 ha. Ladies and gentlemen. The time has come. The last fight was five years ago. Now, it's time for the revenge. From the Piranha Arena. In front of the legendary Toyotas. Also, next to the halfiemen. Are you ready? Five Puppets. Set it away. Good idea. We have five fans. In the bad guys' corner from the island of China with 200 pounds. The beast from the east. The bad boy. Ho. Yeah. And that's a good guys' corner from Portugal. Jamaica with 190 pounds. 24 knockouts. Mr. Incredible Maxime Manderay. Come on. Here they are. From the thousands of attendants. And the millions. Watching around the world. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Wait. Oh, my. Komm mal an. Dein Kämpfer kann auch bei Let's Dance abgehen. Hey, mon die. Was soll das, ha? Hau endlich drauf. Ich will Blut sehen. Kurz, mal dran. Los. Ah, ha. Ich habe den Markt. Ich hatte die Macht. Hey, das ist hier mit dem Geld. Abbonatsanpack haben wir die Knete. Abbonatsende, alles weg. Einschließe kaum mit Wunsch. Das ist ein Spiel Spiel. Soll ich jetzt mal am Feld und dann kämpfen. Hups, komm her. Hey. 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 Gute an, Gute an, Gute an! Applaus Komm her, 준비 Bravo, sehr schön Objektiv Kleineridable Soll' es Hier mache ich halt Das ist toll! Ich schieke ihn ab! Demnächst geht jetzt zu sehen! Kommandant, lass mich aufreden! Alter! Das heißt du nicht, Robloch! Aber wir seid zu fettlerst hier! Weil wir jetzt schmecken, ob wir in Deutschland sind! Wir sind der Würde, Robloch! Meine Würde ist auch gefühlt, Kommandant! Ich sag euch was! Oh! Na ja, oh! Jetzt haben wir mal ein Fahrt über die Gruppe. Ach, wer hat denn welche Gruppe denn? Wir sind ja in Ordnung und Gruppe jetzt wieder auf den Fallen! Robloch, nervt mich nicht! Ich werde mich gleich an den Kopf, Kommandant! Ja! Einig, einig! Einig, einig! Einig, einig, einig! Meine Güte! Na zeig, was du gelernt hast! Was zeig, wird das gehen? Hast du gesehen, ja? Ja! Kennen wir mal? Die Länder mit Baumrösten spielen? Nein! Ja! 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 Die Frau hier! Lass ihn doch in den Burr, der krankst doch in die Hose, Max, komm! Ja! Er macht uns doch wach! Meine Ding, ich bleib auf meiner Seite! Ja! Jetzt seh mich schöner! Ja! Nahtmeilig! Man kann doch ein 5-Jähriger aus dem Kindergarten besser. Das werden die Kinder schon aus der Waldhof-Skule machen. Kein Name tanzen. Große Eierapplaus für meine Lady. Große Eier. Ewiges Packet alles! Na Morgan? Was sagt ihr da dazu? Ich hab gar nicht mal so spiel. Ich weiß. Aber... Ist leider nicht gut genug. Was soll das Eislauch? Super. Aber schon dort oben hin. Das ist doch nie besser. Langweilig. Was hat denn vor? Wo? Hei, 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 hei! Komm her! Wow! Hei, hei, hei! Captain Morgan, wir sind hier nicht im Tanzlokal. Sehr verehrtes Publikum. Der Gewinner dieses Battles wird durch Ihren Applaus entschieden. Natürlich meine Freunde durch euren Applaus. Aber ich liebe euch noch alle! Ich werde euch alle fertig machen! Und mit dir, mein Freund, fange ich an, wenn du so weitermachst, ja? Ja! Ah, Lafid! Lafid! Wenn Sie also der Meinung sind, dass hier die Kämpfer von diesem durchgedrehten Atmira Lafid gewinnen sollen, klatschen Sie ein wenig! Jetzt! Wo seid ihr? Ja! A lafid! Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass da oben der Kämpfer von unserem Käptow lesen wollen! Wir zwei haben was zu bereden, ja? Du weißt, wer von uns beiden zu gewinnen hat. Oder es passiert etwas, was du nicht verspüren möchtest, ja? Tja, somit steht der Gewinner der ersten Runde fest. Der Kämpfer von... Käpt'n Morgen! Ich habe dich gewarnt, ja? Offen die Hemden! Na, los, lass den nächsten Weltkampf gehen! Ja, Mann, lauf zu ganz als kleiner Hobby! Ladies and Gentlemen! Wir kommen nun zur zweiten Runde! Jetzt geht es in gefährliche Höhen! Für Admiral of EAP kämpft Shishi Mai Tai! Wo seid ihr? Und für Käpt'n Morgen! Anna Zissi! Ladies and Gentlemen! Let's get ready to Rumble! Woa! 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 Hey da, Reif Kommandatat! Weiß ich sofort, der Scheinbord habe ich für das Käpt'n besser grüßt! Heiß das sein ist der Käpt'n Kommandatat! Ist der Admiral? Das meine ich doch nicht! Wer hört doch den Arsiral! Weil sich auf alles ist! So, schüttelelel, schüttelel, schüttelel. Dann bei mir. Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.